hello guys wir sind wieder da im wald aber leider für steinpilz zieh ist nichts mehr schau mal für mushroom ist nichts mehr vielleicht ist viel so nass und viel so kalt und gibt es noch da jetzt auch aber leider kann ich das nehmen weil zurzeit wir haben viel maronen nicht so da ist meine tochter hallo gab es schon mal wenn es gibt es noch da gibt es maronen schau mal wenn es gut das ist noch ein bisschen okay ich sammeln noch ein bisschen vielleicht für meine nachbarin weil leider sie hat keinen fährerschein und sie ist gern schau mal da ist auch noch gut ist auch glaube ich ja von maronen ist momentan okay ist nichts so schlimm aber für steinpilz ist nichts mehr momentan da wir sind schabelle hat auch mal was ist ja wenn du dort bitte und wenn sie bitte ein bisschen putzen ja und da kann man auch hier ist unser einmal der blaue wir haben einen großen gefunden genau ich zeige euch was wir haben hier noch gefunden wir haben hier noch ein bisschen ich kann aber natürlich essen sonst hätten wir ihn nicht mitgenommen mhm riecht gut riecht gut riecht 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 als riecht 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 riech fr all riecht riecht Er hat Angst von mir. Wildschwein kann nicht so schnell spielen. Okay. Pass auf. Ich habe noch nie hier einen Wildschwein gesehen. So, wir gehen dort zur Seite. Wo? Oh nein. Was hast du dabei, Gabi? Ich habe einen Folienstift und einen Waldbingo. Da kann man suchen gehen. Und dann, wenn man was findet, muss man das absteichen. Ja. Normalerweise braucht man noch eine Schule oder so. Aber ich habe gesagt, nehmt mal auch noch einen Eimer. Vielleicht findet man etwas. Ich glaube, das ist auch. Aber guck mal, da ist noch unbeutig. Das auch. Da kann man schon Schnitzel machen. Das? Unbeutig? Ich nehme nicht. Ich nehme nicht. Guck. Da ist noch unbeutig. Schau mal. Ja. Normalerweise ist es auch Salah. Da kann man auch das bei Schnitzel machen. Einfach schneiden, panieren. Das ist auch lecker. Aber momentan mache ich nichts. Und dann mache ich nichts. Und dann mache ich nichts. Das ist auch lecker. Das ist auch lecker. Das ist schon lecker. Aber nicht. So. Ich gehe nicht. Wir gehen da rein, Schatzi. Was hast du alles gefunden? Es ist kaputt. Was ist das hier? Oh, nein. Es kaputt. Die Indy ist kaputt. Was ist das? So, wir gehen da der Seite. Ein bisschen weit von unserem Haus. Vielleicht zehn Kilometer weiter weg von uns. Okay? Okay? Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. 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 Vielen Dank.